So, Jaline, du hast wieder zum zweiten Mal bei uns Open Braid bekommen, vorher habe ich nicht gemacht, weil die Heike hat ja bestimmt deine vorher Fotos und du hast außerdem auch Haare von uns gekauft und woanders dir Flächen lassen und trotzdem bist du dann zu uns gekommen, hast du uns erzählt, hat mich ganz arg gefreut und jetzt wünsche ich dir viel Spaß weiterhin, bis nächstes Mal, danke. Untertitelung des ZDF, 2020